Wo ist denn du schufst das? Ein Hoch auf Simba! Ich kann wirklich froh sein, Freunde zu haben, die zu mir stehen. Und mir helfen, die Dinge klar zu sehen. Mein Vater hatte nicht so viel Glück. Geht das schon wieder los? Ich meine, ihr und alle im geweihten Land wollen, dass ich Erfolg habe. Sora, Donald und Goofy. Pumba, Timon, Rafiki, Nala. Ihr alle wollt nur mein Bestes, aber mein Vater hatte Ska im Nacken, der nur seinen Fall herbeisehnte. Ich muss das Beste aus den Wünschen aller machen und mein Königreich errichten. Werden deinen Worten auch Taten folgen? Das werden sie. Simba! Simba, komm schnell! Ganze Horden von Ska-Geistern suchen das geweihte Landheim. Alle außer Nala haben die Flucht ergriffen, sie wollte auf dich warten. Und du musst ihr helfen! Mit Wohl, mein kleiner Simba. Jetzt bist du erwachsen und gehst tapfer deinen Weg. Netter Versuch, du kommst auch mit. Simba wieder in die Gruppe? Okay. Da das Horwool, Goofy hat die gute Trombe. Okay, vergesst einfach, was ich gerade hier... So, vor mich her, Mummel, äh, ich würde jetzt gerne speichern und dann los geht's. So, Nala. Das ist nur ein einziger. Kommt jetzt endlich mit der Typ von der Organisation 13 raus. Das ist nichts gar, das ist einer von der Organisation. Verschwinde! Großartig, Simba! Helft ihr mir? Jetzt und immer da, euer Majestät. So, mal eben gucken, ob ich hier speichern kann. Ansonsten speichere ich nämlich oben. Ich konnte nicht speichern. Da, ich kann bei... bei ihm hier speichern. So... Die befürchten, dass wir jetzt mal irgendwas Blöses kämpfen müssen. Und ich glaube, es müsste eigentlich ein Typ von Organisation 13 sein. Ja, jetzt wünschen sie, dass ich mit 13 schon... Was ist denn noch? Na, ich hab den Gerrit Tarnhaini besiegt. Den mit den sechs Stäben. Na, was kommt jetzt? Ich geh weg. Ja, nur mit... Na, toll. Ihr seid doch alle voll für den Arsch. Hab ich... Lass mich raten, ich habe keinerlei Items. High Potion. Hä? Okay. So robbe da hoch. Okay. Let's start it. Weiche Angriff durchspringen im richtigen Moment aus. So. So, jetzt kann ich endlich laufen. Wo ist der? Wo ist der? Auf, haltet hast du. Ich dachte... Ach, ich dachte... Ach, ich dachte. Na, so bringt das nix. Soll ich da drauf springen? Wie... Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Wie krasser Scheiß ist das, Mann? Wie krasser Scheiß ist das, Mann? Wie krasser Scheiß hier. Was ist denn jetzt los? Ich würde da bitte gar nicht runterfahren. Was ist das, Mann? Also... Jetzt fall ich runter, ne? Der Geist ist im Kopf ist gegangen. Schmerzen greife... Seinen... Kopf... An. Darf ich erstmal... Überheben? Meine Fresse. Ich weiß nicht, ne? das ist der Falle von der Scheiße soll ich denn den Kopf nein, wie geht es? das tut dermaßen ab nochmal das tut dermaßen ab nochmal ich bin jetzt gleich schon wieder tot die quatsch ey was ist das denn man ja klar sauber das war der Lise ach ich kann ja sprinten sprinte ich mal eben dahin sauber wo ist der um zu verhindern dass der gigantische herzlose entkommt wie ist der entkommen ist der entkommen das war keine mutilationskommande ist der entkommen da drauf bleiben jetzt Parade das vertreibt es mir nicht mehr der läuft gerade automatisch ich muss jetzt ich drücke einfach die ganze nur noch Dreieck Leute jetzt weiter drauf nachher ob er zu sehen ob er zu sehen nur noch der Kopf Prozent was denn jetzt da muss ich irgendwas angesehen was ist das man da was ist das für ein Kampf man meine Fresse wenn das nicht 3 Level abskippt dann kommt sie hier was soll das was war das denn kacke Simba scheint am Ziel der König ist zurückgekehrt das geweihte Land wird König Simbas Mut nicht vergessen oder den Mut derer die an seiner Seite gekämpft haben glaubt ihr eure Reise wird hier ein Ende finden ich weiß es nicht ich weiß nur solange ich das Schlüsselschwert habe muss ich wohl weiter kämpfen ja der Kampf nimmt nie ein Ende das ist das Leben ein ewiger Kreis niemals das Geheimnis des Sieges ist ein starkes Herz gut geht macht das ihr wegkommt ihr Gefährten des Königs die Zeit ist gekommen euer Kampf geht weiter auf ein baldiges Wiedersehen auf ein sehr baldiges macht's gut alle zusammen das geweihte Land auf abgeschlossen ja wir haben noch einige Sachen vor liebe Leute wenn's denn weiter geht ja das geweihte Land müsst ihr jetzt auch im Kreis kriegen das war das letzte ja ok so wie gesagt wir haben einiges vor wir müssen nach Atlantica wir müssen noch in das äh die Welt die niemals war wir müssen noch nach Twilight Town das wieder zu ist und theoretisch müssen wir sogar noch mal in die Arena des Olympia weil das noch keinen glänzenden Ring hat so das sind meine das sind meine Aufgaben wir fangen an mit Atlantica da ich gerade keine Lust habe eine Mission zu fliegen ähm ja Atlantica genau unter dem Weg ich will kein Musical spielen die konnte ich nur schnell schwimmen also Dreh Tarns keine Ahnung was Sebastian Ariel fand sich in letzter Zeit besonders merkwürdig sie blickt oft traurig zur Oberfläche fast als ob nein das kann nicht sein das ist ja was denn jetzt ist der da hinten wetten so Ariel die Oberfläche ist so nah und doch so fern auch wenn ich Vater doch nur davon überzeugen könnte wie wundervollen Menschen sind da dreh ich doch dahin Bravo jetzt werden das Blüte mit Leichtigkeit aufhören können dann auch für den Moment noch nur zu speichern erst mal speichern wehre ja wirken man auch mit der Zelle speichern, das ist ja ganz schön und wir sind da bleibt 40 und machen weiter mit Sebastian was ich eigentlich nicht mag ja mach mal hin Kapitel 3, unten im Meer, oh unten im Meer könnte ich mit singen, tue ich nicht und du singst auch nicht mit nein du singst nicht mit ja du, guck mal ich weiß